Herzlich willkommen auch im digitalen Raum auf der KI Campus Stage in Heilbronn. Mein Name ist Britta Leusing vom KI Campus. Ich habe hier was im Gepäck, nicht nur einen tollen Beutel, sondern auch Peter Hottum vom KIT. Wir machen jetzt was ganz, ganz Tolles. Ich freue mich sehr auf diese Session hier gerade, denn wir haben uns vom UFF Team überlegt, Mensch, wir reden doch hier die ganze Zeit über Hochschule. Wir brauchen unbedingt die Stimme der Studierenden, wenn wir Hochschule gestalten wollen, gerade mit einer Hochtechnologie, mit einer modernen Technologie. Und wir möchten auch Ideen von Studierenden zum Mitgestalten auch auf die Bühne bringen. Dann haben wir einen Call ausgeschrieben. Liebe Studis da draußen, bitte schickt uns doch eine innovative KI-Idee aus dem Hochschulbereich für den Hochschulbereich. Und es haben sich viele tolle Studierendenteams bei uns beworben. Zu gewinnen gibt es übrigens quasi Peter. Er wird coachen. Also es gibt wunderbare Coaching Sessions. Es gibt eine Podcast-Folge mit dem KI Campus. Hier gibt es noch eine kleine Wundertüte vom UFF. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier mitzumachen. Genau. Und wir haben vom KI Campus drei Teams ausgesucht, die hier gleich auf der Bühne stehen werden und ihre Idee pitchen werden. Und dann seid ihr gefragt, nicht nur mit dollem Applaus, also ihr auch im digitalen Raum, sondern ihr dürft dann auch das Gewinnerteam voten. Also ihr dürft abstimmen. Genau. Einmal ganz kurz der Zoom auf Peter. Peter Hottum, ich glaube, du bist der Einzige, der letztes Jahr hier auch auf der Bühne stand. Da haben wir nämlich darüber gesprochen, über ein hybrides Coaching-Angebot, was wir mit KI Campus und mit dem KIT zusammen entwickelt haben. Da ging es darum, KI-GründerInnen, Intrapreneurs, Entrepreneurs zu unterstützen in einem Blended-Format sozusagen. Peter, was hast du aus diesem Programm gelernt, beziehungsweise vielleicht kannst du das Programm auch nochmal ganz kurz darstellen. Super, gerne. Ich bin der Einzige, der das letzte Mal auch hier war. Okay, also man darf zweimal kommen, man darf vielleicht auch dreimal kommen. Also ich komme vielleicht auch nächstes Jahr nochmal. Was wir letztes Jahr gemacht haben, wir haben den KI Campus eingeladen und die ganze Community einen Sommersprint durchzuführen im Umfeld Entrepreneurship. Das heißt, was wir aufbauen, Peter hat ja schon gesagt, ich komme aus Karlsruhe, dort am KIT, mache eigentlich digitale Innovations-Ökosysteme mit Industriepartnern und Uni-Gruppen. Aber was wir dort vor allem aufbauen mit einem kleinen Team aus der KIT-Innovation sind Akzeleratorenprogramme für verschiedene Themenschwerpunkte. Und KI liegt uns da sehr am Herzen und das machen wir sehr niedrigschwellig für Studierende, die vielleicht gerade erst mit einer ersten Idee anfangen wollen. Die holen wir ab, die bringen wir in die Netzwerke rein, denen helfen wir bei der Entwicklung über mehrere Monate. Wir machen das auch ein bisschen auf einem höheren Level dann für welche, die schon Geschäftsmodelle haben und vielleicht auf einem anderen Niveau sich weiterentwickeln wollen. Wir haben gesagt, wir nehmen diese Bausteine und machen einen Sommersprint. Im letzten Juli war das letztes Jahr. Für zehn haben wir das angeboten, sechs haben durchgehalten. Es war dann wohl doch ein bisschen viel Sprint. Aber von denen sind auch heute welche da. Wir haben auch vorhin schon so einen kleinen Stammtisch gemacht beim Mittagessen hier. Also war sehr erfolgreich und das war unheimlich schön auch für uns zu sehen, weil einfach sehr viele Impulse kamen mit einem leeren Hintergrund und mit so einem Bildungshintergrund. Wir haben immer typischerweise vorher technische Projekte gehabt und es war unheimlich gut zu sehen, wie das so zusammenkommt. Wunderbar. Ganz kurz nur, was müssen KI-GründerInnen auf jeden Fall im Gepäck haben? Was brauchen Sie? Ganz kurz. Vielleicht zwei Sachen. Eine Sache von außen. Also man muss sich darauf einlassen, dieses Wasser ist sehr, sehr agil. Also man geht in eine Welt hinein, wo vorgestern vielleicht noch ein Problem da war, für das morgen schon in irgendeinem Paket eine Applikation besteht. Wenn das ein Problem war, was man braucht als Baustein, ist das super, wenn das morgen da ist. Wenn das die Geschäftsidee war, ist es schlecht, weil dann ist das morgen bei OpenAI downloadbar. Und eine andere Sache ist vielleicht auch, das sage ich aber generell immer Gründerinnen und Gründern, verliebt euch nicht zu früh in eure Prototypen. Also glaubt an das, was ihr tut und bringt da auch die Passion mit. Aber hinterfragt das und seid auch bereit, Dinge zu ändern. Und das wird auch passieren auf dem Weg. Wunderbar. Vielen Dank. Wollen wir die wirklich aufgeregten Studierenden auf die Bühne holen? Ich denke schon, oder? Liebe Studierende, kommt, genau. Und das ist jetzt hier eure Anforderung. Kommt einfach mutig, mutig, mutig auf die Bühne. Genau. Ich glaube, so viele Studierende auf einmal hatten wir noch nie auf einer USF-Stage. Von daher, also herzlich willkommen. Komm, komm ruhig näher, komm ruhig näher, sonst sieht man dich ja gar nicht. Komm her, komm, stell dich da schon hin. Genau. Toll, dass ihr dabei seid. Wir gucken uns einmal die Teams an. Es gibt einmal das Team Nummer 1, Influencer Marketing von der PH Ludwigsburg. Viktoria, Jörg und Beischer, herzlich willkommen. Ihr habt ein interaktives E-Book zum Thema Influencer Marketing für Schülerinnen der siebten bis zehnten Klasse entwickelt. Im Zentrum stehen so wunderbare KI-generierte Charaktere, die über Storytelling, das Influencer Marketing, den E-Book teilnehmenden Lesenden sozusagen näher bringen. Also ich bin sehr gespannt auf das, was ihr gleich noch erzählen werdet. Team Nummer 2, Mindspace. Ich bin sehr, sehr aufgeregt tatsächlich auf eure Präsentation von der Hochschule Heilbronn, Emanuel und Dominik. Ihr seid vom Innovation Lab der Hochschule Heilbronn und ihr habt ein Projekt entwickelt zur Simulation von Bewerbungs- und Therapiegesprächen mit KI. Sehr spannend. Das heißt, ihr habt einen fotorealistischen, digitalen Menschen erschaffen oder wollt das tun. Mit denen kann man dann Therapiegespräche führen und Bewerbungsgespräche üben. Dann haben wir Team Nummer 3 von der Uni Stuttgart, Melissa und Mete. Ihr habt einen dreistündigen Minikurs entwickelt, KI-Schreibwerkstatt. Und dort erlernen Studierende von studentischen TutorInnen den Umgang mit ChatGPT im wissenschaftlichen Arbeiten. Wunderbar. Seid ihr bereit? Ist das Publikum bereit zu hören? Ja! Ja, sehr gut. Dann möchte ich einmal das Team Influencer Marketing, ihr dürft einmal hier auf die Bühne kommen. Für euch zur Information, jedes Team hat 5 Minuten Zeit für den wunderbaren Pitch. Müssten wir gerade einmal schauen, weil Peter hat auch was im Gepäck, nämlich nur eine wunderbare Uhr, mit der wir die 5 Minuten ganz genau verfolgen können. Sehr gut, sehr gut. Seid ihr bereit? Oh, wir warten noch ganz kurz auf die Technik. Ihr habt nämlich was ganz Spezielles mitgebracht. Das geht nur über euren eigenen Laptop. Das macht es noch ein bisschen spannender. Wir warten einfach. Das zählt nicht mit in die 5 Minuten hinein. Ich kann euch beruhigen. Seid ihr bereit? Seid ihr doll aufgeregt? Ein bisschen schon. Aber ich glaube, eure Angst, eure Aufgeregte können wir euch nehmen. Und schaut mal, da wird geladen, wie ich sehe. Wir sind ganz geduldig hier mit dem WLAN heute. Das ist tatsächlich einfach eine Herausforderung. Aber ich glaube, die matchen wir ganz gut. Die werden wir gut meistern. Vielleicht kann hier gerade noch mal von der Technik jemand unterstützen. Das wäre einfach wunderbar. Vielleicht ganz kurz einfach auch an euch die Frage Influencer-Marketing. Warum seid ihr auf dieses Thema auch als Bildungsthema eigentlich gekommen für SchülerInnen? Vielleicht könnt ihr dazu schon mal einmal ganz kurz was sagen. Bei uns war das so, dass wir uns dafür entschieden haben, weil heutzutage eben viele Schüler und Schülerinnen eben viel im Internet sind und wir sehr oft von anderen Influencern beeinflusst werden. Und um das eben zu, also die Schüler davon zu educaten, haben wir dann eben versucht, das als Thema zu nehmen und das eben vorzustellen. Ich will euch auch nicht zu viel verraten. Genau, ich will euch auch nicht zu viel geben. Es ist ja alles fertig? Ihr seid bereit? Ja. Okay, dann würde ich sagen, Time läuft jetzt. Hallo erstmal, wir sind die Viktoria, der Jörg und die Beysa und wir haben euch jetzt erstmal etwas Kleines vorgebereitet und zeigen euch, wie wir uns in den ersten drei Semestern so im Lehramtsstudium vor... Oh Mann, Beysa, die Lehrbücher sind so schwer und mega langweilig. Kein Wunder, dass Schüler und Schülerinnen so demotiviert sind. Stell dir vor, der Stoff wäre lebendig, ansprechend und motivierend gestaltet. Es muss auch einen Weg geben, das Growth Mindset bei Schülern und Schülerinnen zu fördern. Stimmt, Viktoria. Das Lehrmaterial kommt mir vor wie aus der Steinzeit. Aktuelle Themen wie Inklusion und Future Skills existieren nur in der Theorie. Mit der Schulpraxis hat das nichts zu tun. Dabei hat jeder Mensch ein Recht auf Teilhabe. Schau mal, da kommt Jörg. Sorry, dass ich wieder mal spät dran bin. Verschiedene Lerntypen und Lerntempos sollten ebenfalls berücksichtigt werden. Mega wäre, wenn jeder seinen eigenen Weg zum Lernen wählen könnte. Zum Glück studieren wir Lehramt. Wir haben die Zukunft der Bildung in der Hand. Ich habe eine Idee, wie wir Lernprozesse optimieren könnten. Unsere Vision war ein Keybook. Kurz gesagt, das ist die neue Version eines E-Books. Dazu erzählen wir euch nachher viel. Ihr könnt mit dem QR-Code, den würden wir, wir würden uns freuen, wenn ihr den kurz einscannt. Weil dann werdet ihr das anschauen können. Da haben wir drei verschiedene Seiten für euch vorbereitet. Die werden wir zusammen durchgehen. Und ich würde euch bitten, eure Handys auch stumpf zu schalten, damit ihr dann zwar alles anschauen könnt, aber das leise, alles leise ist. Zum ersten Teil unseres E-Books oder Keybooks. Hierbei haben wir drei verschiedene Niveaustufen. Die Bronze, Silber und Gold Buttons, weil das einfach gut zu unserem Thema gepasst hat. Wir möchten natürlich so viele Schüler inkludieren, wie es geht. Und deswegen haben wir eben verschiedene Niveaustufen. Unsere Charaktere können alle mit Hilfe von künstlicher Intelligenz reden. Und haben auch Mundbewegungen. Das können sie gerne auch austesten, indem sie auf unsere Charaktere drücken. Wenn sie in die Mitte des Videos drücken, haben wir einen Bildschirm und da wird ein Video abgespielt. Im Moment, wenn sie ihn draufdrücken. Hier haben wir einen weiteren KI-Bildschirm. Hier ist wieder ein Charakter zu sehen, der freiwillig, freiständig und mit Mundbewegung sprechen kann. Und wie genau... Ist an, gut. Und wie das genau funktioniert, das gehen wir jetzt mal durch. Also, zu allererst haben wir, um mit unseren Gesprächstexten zu helfen, einmal ChatGPT etwas über die Szene und über die Charaktere gesagt. Und haben ihm eine Aufgabe gegeben. Daraus kam dann ein fertiger Dialog, den wir mithilfe von Eleven Labs und vorher ausgesuchten Stimmprofilen eine Stimme verliehen haben. Damit wir dann aber auch noch Mimik und Gestik in die Charaktere einverleiben können, haben wir dann noch Hey-Chen verwendet. Dafür braucht man nur einmal ein Bild von dem Charakter und die Stimme aus Eleven Labs. Und somit kriegt man dann ein fertiges MP4-Datei. Diese muss man nur noch in die Book einfügen. Und dann können unsere Charaktere lebendig sein. So, und nun stellt euch mal vor, wir hätten einfach herkömmliches Unterrichtsmaterial entwickelt. Bestehend aus Informationstexten, Arbeitsblättern und im besten Fall noch die Bonusaufgabe für die Superschnellen der Klasse. Ich meine, wir lernen doch sowieso alle auf dieselbe Weise. Für uns klingt solch ein Lernweg ziemlich mühsam, schleppend, aber leider auch durch unsere eigene Schulzeit bekannt. Dadurch sind wir aber zur Kenntnis gekommen, wir möchten Innovation in der Bildung, wodurch unser wunderbares Keybook entstanden ist. Für uns ist nämlich ganz klar der Schlüssel zum Erfolg die Integration von KI in Unterrichtsmaterialen, um die Lehre zu revolutionieren und das Lernen zu einem kleinen Erlebnis zu machen. Dank der von uns integrierten KI-Tools konnten wir ein fesselndes Storytelling schaffen, was nicht nur ansprechend aussieht, sondern auch motivierend und authentisch wirkt, wodurch nachweislich die Informationen auch besser aufgesaugt werden können. Aber auch für uns Lehrkräfte bietet natürlich die Integration von KI einen Riesenvorteil. Hätten wir diese nicht verwendet, so müssten wir vier Personen auffinden, die die Dialoge sprechen würden. Das wiederum würde einfach enorm Zeitaufwand in der Planung bedeuten und die Themeneinheit könnte niemals in solch einem Umfang behandelt, gelehrt und gelernt werden. Somit ist für uns ganz klar, dass wir die Unterrichtsmaterialen entwickeln in Verbundenheit mit KI weiterentwickeln wollen, um die Tür zu öffnen für die individuellen Fähigkeiten, die in einer Klasse stecken, weiter zu fördern. Somit auch das Motivationslevel der Klasse zu steigen und letztendlich auch Ressourcen zu sparen. So, das ist ein super Timing gewesen, nur acht Sekunden drüber und die größten Vorteile hat ihr wundervoll dargestellt und auch nochmal zusammengefasst. Also ich will jetzt hier einen Applaus hören und da draußen im digitalen Raum brauche ich ganz viele Emojis, Herzen, denn das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Idee. Peter, hast du eine Frage ans Team? Eine, ich meine, das ist sehr mutig mit den virtuellen Charakteren, die ihr gebaut habt. Wie sind die denn angenommen worden? Also habt ihr da schon Tests gemacht? Habt ihr da schon Feedback bekommen? Wir haben in Schulklassen noch keinen Test gemacht, wir haben aber natürlich, das war eine Seminararbeit, die wir gemacht haben, innerhalb des Seminars und auch von den Dozenten, von Freunden positives Feedback bekommen, weil viele auch dieses typische, ja man hat halt im Englischbuch irgend so einen Charakter, so ein Bild, mit dem kann man nichts verbinden, da ist kein Leben in dieser Person drin. Und viele haben uns auch dann gesagt, dass das deutlich besser aufgenommen werden kann, dass dann auch Leben in diese Person eingehaucht wird und nicht nur so ein Schwarz-Weiß-Bild von einer Person. Perfekt, wunderbar. Ich glaube, ihr seid jetzt erstmal entlassen, also schon mal geschafft, diesen Schritt. Genau, also nochmal und ihr dürft feierlich übergeben an das Team Mindspace von der Hochschule Heilbronn. Na, ist das schön hier, ist am Tisch, uns fehlt was zu trinken, ehrlich gesagt. Es ist auch so unglaublich heiß hier oben, aber ich glaube, ihr könnt euch das vorstellen und dieser Tisch, wenn man hier so steht, das lädt so ein bisschen zu einem nochmal wunderbar zu plaudern. Aber ich gucke jetzt einmal rüber, ihr gebt mir ein Zeichen, wenn ihr fertig seid, genau. Ist euch das klar eigentlich, auf was für einer großen Bühne ihr heute steht? Ja, wir sind sehr dankbar dafür. Ihr seid sehr dankbar dafür, genau, ihr habt jetzt leider gerade hier kein Mikro. Das ist sehr, sehr schön. Wir haben wirklich zahlreiche Menschen hier vor Ort und im digitalen Raum. Und das möchte ich auch nochmal an dieser Stelle erwähnen, falls ihr irgendwas verpasst habt übrigens vom heutigen Tag. Wir werden auch alles nochmal auf YouTube zur Verfügung stellen und ihr könnt euch das anschauen. Jetzt aber fünf Minuten, ihr seid bereit. Team Mindspace, dann würde ich sagen, die Zeit läuft jetzt. Hi, herzlich willkommen. Wir sind das Team Mindspace. Auf der Bühne gemeinsam mit mir, meinem Zwillingsbruder Emanuel und im Publikum Dervis und Orsan. Wir kommen von der Hochschule Heilbronn und das Projekt, das wir euch jetzt kurz zeigen werden, ist im Rahmen der Innovation Lab Vorlesung geschehen. Diese wird von Frau Ondrosch geführt und Frau Ondrosch hat uns am Anfang gesagt, okay, wir sollten ein Projekt machen. Und sie hat uns zwei oder drei Punkte genannt, welche Kriterien das Projekt erfüllen soll. Zum Ersten, es soll State of the Art Technology benutzen, sprich Sachen, die wirklich sehr neu sind und die Fähigkeiten von Technik erweitern. Und zweitens, wir sollen diese Technik benutzen, um einen gesellschaftlichen Mehrwert zu erschaffen. Und als Team haben wir uns dann dementsprechend natürlich gefragt, was machen wir? Wir haben einmal künstliche Intelligenz und jetzt brauchen wir irgendein Problem, wo wir es applizieren können. Und wir haben nachgedacht, weit nachgedacht und sind dann auf die Idee gekommen, Moment einmal, reden ist schwer. Vor allem für uns als Informatiker ist Reden überhaupt nicht einfach. Wie wäre es, wenn wir künstliche Intelligenz nehmen und diese benutzen, damit unsere Kommunikationsfähigkeit besser wird? Und da haben wir uns einfach die Frage gestellt, was könnten wir machen, in welche Richtung können wir gehen? Vor allem, welchen Use Case werden wir nehmen? Kommunikation ist ein riesengroßes Feld. Also welches spezifische Use Case werden wir jetzt nehmen und anwenden auf unserer Software, dadurch simulieren? Und da ist mir auf eine Idee gekommen. Bewerbungsgespräche, die sind überhaupt nicht einfach. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal ein Bewerbungsgespräch gehabt oder generell eine Konversation, bei der es ziemlich hohe Stakes gab und es um etwas Wichtiges ging. Und das war der Punkt, wo wir uns gedacht haben, hey, das können wir gut emulieren und dadurch quasi den Leuten beibringen, weniger nervös dabei zu sein, wenn es dann zum richtigen Bewerbungsgespräch geht. Wie genau das umgesetzt ist, wie es aussieht und welche weiteren Use Cases da unter anderem noch entstehen könnten draus, davon würde ich jetzt meinem Bruder gleich mehr erzählen. Fangen wir erstmal mit der technischen Implementierung an. Danach gibt es nochmal ein Beispiel für die, für die das zu technisch ist. Und wir haben uns überlegt gehabt, wie machen wir es den Usern unseres Programmes so einfach wie möglich, die Anwendung zu nutzen, die wir erstellt haben. Und dann kam mir auf die Idee, einen Text einzutippen ist irgendwie nicht so nahbar, da hat man eine Barriere dazwischen. Und deswegen haben wir uns für Spracherkennung entschieden. Das heißt, im ersten Schritt kann man sehen, wir nutzen Spracherkennung und wandeln daraus einen Text um. Dieser Text wird dann zusammen mit einem Prompt, den erkläre ich gleich noch, zusammen in die künstliche Intelligenz, kann man sich eine beliebige aussuchen, eingefügt. Und diese berechnet dann eine Antwort daraus. Die Antwort wird dann wieder aus dem Text, der ausgegeben wird, zu einer Sprache umgebaut, beziehungsweise zur Sprache umgewandelt. Und dabei entsteht dann noch ein bisschen Magie und die Mimik unseres sehr realistischen virtuellen Gesichts wird berechnet. Mein Bruder kann euch jetzt gerne ein Beispiel zeigen. What kind of benefits can I get at Puget Systems? At Puget System, we highly value the growth and development of our team members, particularly those joining us as PC builders. One key opportunity for growth involves continuously enhancing your technical skills through hands-on experience and access to the latest technologies in the field. This not only involves assembling high-performance computers, but also staying abreast of cutting-edge components and systems, ensuring you're always at the forefront of the industry. Jetzt nochmal eine ganz kurze Anmerkung. Man hat es leider nicht gesehen, weil es gehangen hat. Am Anfang habe ich eine Frage gestellt. Diese wird dann von einem Modell aus meiner Sprache in Text übersetzt, reingegeben und dann ist die Antwort entstanden, die ihr gerade eben gesehen habt. Das Modell spezifisch kann man noch ein bisschen anpassen. Man kann unter anderem damit noch einen speziellen System-Prompt mitgeben und dann quasi sagen, für welche beliebige Firma man sich anstellen möchte. Zum Beispiel, man möchte bei Firma XY arbeiten, dann schreibt man sich einfach kurz einen Text. Hallo, das ist die Firma XY, auf die Position bewerbe ich mich, kannst du mir bitte ein Bewerbungsgespräch geben und kann dann auch reinschreiben, sei bitte freundlich, sei bitte anspruchsvoll, mach mir wirklich die Hölle heiß, damit ich übe, wie ich unter Stress quasi dann reagiere. Das heißt, die Software lässt sich noch anpassen. Da erzähle ich jetzt aber meinem Bruder noch ein bisschen mehr davon. Und spezifisch nochmal für die, die sich da nicht so gut auskennen, Prompt kann man sich einfach genauso wie einen Text, den man in die KI gibt, vorstellen. Das heißt, man hat das Gesprochene, das wir haben, das wird eingesetzt und zu jedem Gespräch oder zu jedem Programmstart kann man nochmal spezifizieren, wie mein Bruder schon erwähnt hat, ob man beispielsweise einen Personaler hat, eines renommierten Unternehmens, mit dem man sprechen möchte und dass der sich sozusagen als eben ein solcher darstellt. Oder man kann sich ganz simpel einen Therapeuten programmieren oder dafür einen Prompt nehmen. Die Möglichkeiten sind da grenzenlos und nur der eigenen Vorstellungskraft gestellt. Das war unsere Präsentation. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie gerne nach dem dritten Team stellen. Ihr hättet noch 13 heiße Sekunden Zeit gehabt. Ganz ehrlich, ich finde, mit diesem Informatiker, Ihnen können angeblich nicht kommunizieren. Also, liebe Leute, das haben Sie schon ziemlich gut gemacht, oder? Also, Glückwunsch. Genau, eine kurze Frage habe ich. Und worin seht ihr eigentlich in diesem Projekt, was ja noch ein bisschen in der früheren Phase ist, die größte Herausforderung für die Umsetzung? Die Sache ist, das sind einige Softwarekomponenten, jetzt mal technisch gesehen. Also, technisch ist die Problematik. Denn das Benutzen, das Anpassen, wenn die Technik steht, ist relativ einfach. Da muss man lediglich Texte kurz abändern, einspeichern und das ist fertig. Die große Problematik, mit der wir auch wochenlang zu kämpfen hatten, war zum Beispiel jetzt, wir haben das Programm in mehreren Schritten, wie mein Bruder gesagt hat. Wir mussten erst mal gucken, dass wir überhaupt gesprochene Sprache in Text übersetzen. Dann klappt das, das geht. Das aber dann mit der weiteren Software zu verbinden, zu gucken, dass das funktioniert, das richtige Format zu wählen, also typische Informatikerprobleme halt, die ganze Sache zusammenzukleben und zu gucken, dass wir miteinander kommunizieren, das ist unfassbar schwer. Und der Prototyp, der hier entstanden ist, der ist leider nicht jetzt live vorgeführt gewesen, weil die Software auch zum zweiten Punkt sehr schwer zu rennen ist. Im Hintergrund läuft eine sehr anspruchsvolle Game Engine, sprich die neuesten Spiele, die gerade eben rauskommen, laufen auf der gleichen und das läuft auf so einem normalen Laptop leider nicht. Sprich, da braucht man ein bisschen stärker einen PC, um das zu machen und die Antworten brauchen ganz ein bisschen. Sprich, es ist nicht ganz so einfach, auf dem PC laufen zu lassen. Peter? Vielleicht noch eine kurze Frage zum Anwendungsszenario. Also wo treffe ich als Privatperson, wenn ihr euch was wünschen könnt, demnächst euren Bot? Das ist tatsächlich noch eine Frage, die wir uns dann fragen, die wir dann noch klären müssen. Denn die Sache ist, wir haben uns erstmal gedacht, dass wir die technische Implementierung fertig haben und dann dementsprechend weitergehen. Denn meistens ist ja so, dass Leute erstmal quasi sich ein Feld suchen, wo sie quasi irgendwas machen wollen und danach dann die technische Implementierung kommt. Wir haben uns gesagt, wir machen erstmal die technische Implementierung fertig und solange das Ende dieser Implementierung nicht fertig ist und wir unser Qualitätsstandard, der gegeben ist, noch nicht erfüllt haben für uns selbst, solange werden wir quasi noch in Entwicklung bleiben und erst dann danach quasi schauen, wie wir es dann der Öffentlichkeit präsentieren und zur Verfügung stellen. Sehr gut, wir sind gespannt. Nochmal einen Applaus für euch und auch ihr dürft Staffelübergabe machen. Einmal wechseln und vor allem das Mikro einmal gerne übergeben an eure Nachfolger mit einem super relevanten Thema, mit einem super tollen Produkt, vor allem direkt für Studierende, von Studierende, für Studierende. Ich bin sehr gespannt. Komm einfach schön hier nach vorne. Ja, wir haben jetzt leider nur nicht die Präsentation, die wir eigentlich vorbereitet hatten. Da ist sie doch, da ist sie doch. Es ist alles da. Wie können wir weiterklicken? Bitte? Klicker. Klicker. Ihr braucht einen Klicker, damit ihr ganz easy da durchlauft. Den Klicker finden wir auch. Grün ist eure Farbe, damit geht es weiter. Vielen Dank. Besten Dank. Seid ihr bereit? Ja. Wunderbar. Dann würde ich sagen, Zeit läuft jetzt. Genau. Bei unserem Projekt geht es um die KI-Schreibwerkstatt, Umgang mit Chatbots und Co. Das Bild ist auch von unserer ersten Durchführung des Kurses im Sommersemester 2023. Zuerst würden wir den Aufbau des Kurses erklären und dann auf unsere Schwerpunkte eingehen, nämlich den Austausch, den Schreibprozess und unsere differenzierte Betrachtungsweise. Mit dem Aufbau fangen wir immer zuerst an, indem wir ein Stimmungsbild erheben. Wir geben Statements vor, zum Beispiel mit Chatbots zu schreiben ist wie zu betrügen und die Teilnehmenden positionieren sich dann und begründen ihre Meinung. Dann geben wir einen Überblick darüber, wie Chatbots in der Wissenschaft bereits benutzt werden und auch wie Chatbots überhaupt funktionieren. Dann gehen wir auf Chatbots im Schreibprozess ein und in welchen Phasen es einzusetzen ist. Daraufhin geben wir konkrete Tipps, wie man Prompts formulieren kann, um zu guten Ergebnissen zu kommen. Und wir beschäftigen uns mit der rechtlichen Grundlage und geben Denkanstöße durch philosophische Fragen. Zu unserem ersten Schwerpunkt, dem Austausch, dabei ist es uns ganz wichtig, dass der auf Augenhöhe passiert. Dadurch, dass wir selber Studierende sind, die ein Angebot für Studierende machen, hat das Charakter vom Peer Mentoring. Uns ist auch wichtig, dass wir einen Raum schaffen können, wo man ausprobieren kann, ohne irgendwelche Konsequenzen. Wir wollen den Raum schaffen für Studierende und auch Mitarbeitende, um Erfahrungen zu teilen, um Wahrnehmungen zu teilen, Ideen zu teilen und auch diese zu reflektieren. Dadurch, dass es bei uns an der Uni so gestaltet ist, dass die Institute die Entscheidung haben, inwiefern KI-Tools verwendet werden können, kann es zu einem Bottom-up-Diskurs kommen und Studierende können den Diskurs an der Uni dadurch mitgestalten. Unser Angebot liefert dabei den ersten Schritt, weil wir den Raum haben, um eben die ersten Ideen zu sammeln, die Erfahrungen zu sammeln und auch die Mitarbeitenden, die schon teilgenommen haben, haben davon profitiert, weil sie eben die Ideen und Wahrnehmungen des Studierenden schon gehört haben und es dann auch an ihre Institute weitertragen konnten. Vielen Dank. Weil wir uns dabei immer auf den wissenschaftlichen Schreibprozess beziehen, stellen wir auch die Frage, was gehört eigentlich zum Schreibprozess. Wir haben diese fünf Phasen hier mit dem Planen, mit dem Material sammeln, strukturieren, schreiben und überarbeiten. Wir geben dabei unsere persönliche Erfahrung natürlich, in welchen Phasen man künstliche Intelligenz, generative Sprachmodelle beim Schreiben nutzen kann und in welchen eher nicht. Allerdings, weil es eben eine Veranstaltung auf Augenhöhe ist, können unsere Kommilitonen genauso sagen, dass sie etwas anders sehen und woanders gute Erfahrungen gemacht haben in irgendeinem Zwischenschritt. Bei der differenzierten Betrachtungsweise wollen wir das nicht paternalistisch machen und auch nicht wertend machen, sondern wirklich nüchtern schauen, wie KI tatsächlich genutzt wird, auch schon gerade in der Wissenschaft, was möglich ist, was technisch möglich ist, wo die Anwendungsmöglichkeiten sind, wo die Grenzen der Anwendung sind. Wir schauen uns dabei verschiedene Dimensionen an, beispielsweise eine rechtliche Perspektive zum Thema Plagiarismus, zum Thema Urheberrecht, aber auch eine ethische und sprachphilosophische Perspektive, in der wir schauen, ist das, wenn ein Sprachmodell beispielsweise eine Halluzination produziert, ist das jetzt per Definition eine Lüge oder ist es per Definition sprachphilosophisch betrachtet Bullshit? Das ist wirklich ein Begriff. Ein Ausblick, wir möchten bei uns an der Uni natürlich die Zukunft mitgestalten, wir möchten einen Diskurs bei uns an der Uni Stuttgart mitgestalten, wir möchten, dass das, was bei uns im Minikurs diskutiert wird, dass das in die Fächer reintransportiert wird, sodass ein großer Diskurs an der Uni gestaltet wird. Wir möchten ein Angebot schaffen und ausweiten, indem wir beispielsweise asynchrone Einheiten schaffen, zum Ausprobieren und zum Vertiefen, die dann wieder im Wechsel sind mit Präsenzsitzungen, dass dieser Input eben weitergetragen wird, dass diese asynchrone Materialien vielleicht mit CC-Lizenz, vielleicht mit OER-Lizenzen vielleicht beöffentlicht werden, sodass wir einen Raum schaffen können, in dem das ausgetauscht werden kann, indem wir einen Rahmen schaffen, in dem wir das regelmäßiger diskutieren können und wir freuen uns auf die Zukunft, indem wir auch einen kleinen Beitrag für den Forschungsstandort bei uns in Stuttgart leisten können. Gut, vielen Dank, herzlichen Dank. Das war es schon, ihr hättet eigentlich noch eine halbe Minute Zeit gehabt. Nochmal herausgestellt, ihr sprecht ein ganz wichtiges Thema an, Institut, Fachbereich darf selber entscheiden, KI-Tools ja oder nein und Bottom-up-Prozess habt ihr genannt. Also ihr wollt stärken, Mitarbeitende, Studierende stärken. Nochmal ganz kurz, wie sind die Feedbacks bislang zu euren Angeboten? Also bis jetzt haben wir das Feedback bekommen, dass es immer gut angekommen ist, dass die Studierenden auch immer was Neues mitnehmen konnten und wir haben auch in den drei Durchführungen des Kurses bis jetzt gemerkt, dass einfach der Raum für Austausch ein bisschen fehlt und dass das einfach geholfen hat, die Erfahrungen von anderen zu hören und auch einfach mal dann selber ausprobieren zu können und auch unsere Erfahrungen zu hören, welche Tools denn für welche Phase zum Beispiel gut funktionieren. Also bis jetzt eigentlich immer gutes, positives Feedback. Wir hatten gestern unter anderem den letzten Minikurs. Heute Morgen war nochmal in einem anderen Seminar eine Sitzung zur generativen KI im Schreibprozess und alle Teilnehmenden fühlen sich so semi-fit darin im Umgang, aber hinterher sind sie alle ziemlich dankbar, muss ich sagen. Also wir haben ein sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Super. Ihr hattet eigentlich noch 30 Sekunden Zeit, deswegen eine kurze Frage noch. Was sagen denn Hochschulangehörige über euer Angebot? Haben Sie Hoffnung? Auch da, also die Erfahrungen, die wir gemacht haben und bei uns im Minikurs haben wir, das hat uns beim ersten Mal sehr erstaunt, hatten wir auch Mitarbeitende da und Doktoranden. Die waren auch alle sehr dankbar natürlich. Auch sie haben viel neuen Input bekommen, haben das Thema auch aus mehreren Perspektiven betrachten können und gerade auch, weil wir eben diesen Bottom-up-Prozess haben, sind sie, glaube ich, ganz gut, dass sie eben das in die Fächer mit reintransportieren können, in denen Fächern dann, in denen dann der Umgang mit generativer KI dann ausdiskutiert wird, in denen dann die Eigenleistung definiert wird. Super. Peter. Ja, ich möchte ungern was versprechen, was danach andere ausbaden, aber es gibt ja einige heute hier auch, wir sind auf der KI Campus Stage und gerade dieses Thema am Ende, wo ihr gesagt habt, ihr würdet das gerne in so ein asynchrones Format überführen, da bietet sich das natürlich an. Und es gibt einige Kolleginnen und Kollegen hier, die auch diese Plattform kuratieren, also ich glaube, da habt ihr heute hier die besten Ansprechpartner. Wunderbar. In diesem Sinne nochmal einen ganz kräftigen Applaus, auch da draußen. Ich will ganz viele klatschen, Hände und Herzchen sehen.